Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killerline! Ich habe gerade meine Daylights geguckt und habe gesehen, dass ich mit den Hinterwäldlern noch einmal jemand mit meiner Kettensäge treffen muss. Hi! Seelenruhe dabei, ja. Aber ich schaffe das doch niemals auf dieser Map. Niemals schaffe ich das auf dieser Map? Wie verarschen? Habt ihr alle Verzachen dabei? Ich gehe jetzt nicht zurück. Nie im Leben! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hey! Oh! Okay! Da kriegst du halt auch noch einen mit. Pass auf! Und... Schade! Die Ballette ist ja nun nicht wirklich sicher, oder? Ich spiel mal halt den auf M1, obwohl das eigentlich scheiße ist, weil... Erstens fliegen mir die Dents um die Ohren und zweitens... ist damit meine Dädie nie geschafft! Ich bin schon wieder hier rein! Junge! Woher denn hin? Und wieder rein! Ich bin schon wieder rein! Okay! Los! Hau! Nein! Hau! Jaja, machbar! Ich komm auf der Map nicht klar... Ich komme wirklich nicht klar auf damit. Ich bin ja gar nicht mit dem Killer. Mir egal. Ich habe verloren, also ganz ehrlich, können sie machen was sie wollen. Wenn ich hier zufällig jemand in die Kettensäge renne, komme ich hier nicht klar damit. Ich komme wirklich nicht klar. Ja, ich spiele mit ihr in der Killer heute. Machen wir doch. Habe ich doch gar kein Problem damit. Keine Chance. Weil ich auch gar nicht weiß, wann es wirklich gut ist, die Kettensäge zu benutzen und wann nicht. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja immer nervös. Das ist schon. Aua, ich will nicht von dir geblendet werden. Nein, 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 nein. Aber ich habe jemanden erwischt, damit habe ich meine Daily geschafft. Der Rest ist mir doch Bums. Kommst du jetzt wieder her? Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht. Muss er hinkern? Ich habe verzogen. Mein Fehler. Ich hatte es gerade. Da. Geht schneller. Aaaa! 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 Du hast denn! Da! Das! Das ist ja schön! Das ist ja schön! Das ist ja schön! Wenn ich den Schweid erwischen könnte, wäre er tot. Jetzt will ich ins 1 kill. Als M1 in der Wäldler. Gut, dann nehme ich halt dich. Dann mache ich halt noch einen Haken und keinen kill. Geh weg. Wo ist er denn jetzt hin? Er war doch hier. Na los, rettet. Rettet sie! Er hat sich heilen lassen. Rettet sie, bevor sie stirbt. Ich habe meine Deli geschafft. Ich hoffe, das wurde gezählt. Ist ja gar keiner mehr. Ist ja langweilig. Gehen wir zum anderen mal rüber. Wenn ich überhaupt so einen Kettensprint hingekriegt habe. Also einen Angriff mit der Kettensäge. Ich bin, was der Hinterwäldler angeht, total schlecht. Aber ich versuch's. Tschüssi! Geschafft! Das war mein Ziel. Die Deli zu schaffen. Mehr nicht. Ein paar Blutpunkte haben wir gemacht. Ist doch okay. Oh. Ah. GG. Und euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge. Dead by daylight killer. See you. Ciao.